Nicht nur, dass mir die Frage, ob Trello Gratis, Gold oder Business die richtige ist, gestellt wird. Nein, wir haben Herbst bzw. Winter 2020 und es wurde von Trello einiges umgestellt, was Member und Teams angeht. Und deswegen starten wir mal damit, wie es bisher ausgesehen hat. Du hattest einen Trello Account, wir nehmen jetzt mal einen Gratis Account und da konntest du jede Menge persönliche Boards anlegen. Das geht in dieser Art und Weise nicht mehr, aber bitte keine Panik. Es hat sich nur ein bisschen was rundherum verändert und du hast deine bisherigen persönlichen Boards auch nicht verloren. Die sind nach wie vor vorhanden. Was gab es noch? Es gab einzelne Boards, wo du auch Member hinzufügen konntest und zwar ohne, dass du mit diesem anderen Member in einem Team warst. Das waren also so einzelne Member, die du einzelnen Boards zuordnen konntest. Und du hörst es schon, das funktioniert so auch nicht mehr, aber auch wieder auf eine andere Art und Weise. Dann zuletzt gab es die Teams und Gratis Teams. Und da konnten Boards den unterschiedlichen Teams zugeordnet werden. Und natürlich konnten auch Teammitglieder, also Members diesen Gratis Teams zugeordnet werden. Und da siehst du schon die erste Änderung. Und zwar gibt es jetzt, wenn du in deinen Gratis Account hineinschaust, einen sogenannten Arbeitsbereich. Den habe ich übrigens in meinem Account nicht gefunden. Ich habe aber auch ein Business Team, aber dazu kommen wir später. Das bedeutet, dass deine persönlichen Boards in Zukunft hier im Arbeitsbereich zu einem Team zusammengefasst werden. Und du kannst natürlich ganz alleine in diesem Team als Member drinnen sein und als Admin ist ganz klar. Und hier hast du eben in Zukunft deine persönlichen Boards. Das heißt, wenn du ein persönliches Board anlegst, dann musst du als Team den Arbeitsbereich auswählen. Ich zeig dir das dann am Ende von der Theorie natürlich auch noch. Also ein Team heißt Arbeitsbereich und dann gibt es eben noch weitere Gratis Teams, die du selber anlegen kannst. Ja, und zuletzt, das ist also die Profi-Version unter Anführungszeichen, gibt es die Business Teams. Ich habe eben eines angelegten nur mit mir hier drinnen. Ich zahle also nur für mich als Member, einfach weil die Business Class oder das Business Team extrem viel mehr Möglichkeiten hat als gratis und auch als Gold. Zur Unterscheidung zwischen Gratis Gold und Business Team. Ich glaube, das sagt schon der Name Trello Gratis Account, Gold Account. Das heißt, es wirkt sich auf alle Boards aus, die du angelegt hast in deinem Account und Business. Da geht es eben um ein Team, ein ganz Spezielles, das mehr Möglichkeiten hat. Ist also auf Team Ebene und Gratis und Gold ist auf Account Ebene. Also schauen wir uns an, wie das jetzt aktuell ausschaut. Und zwar die persönlichen Boards, wie gesagt, werden im Arbeitsbereich zusammengefasst. Und hier kannst du in den persönlichen Boards auch einzelne Member oder Gäste hinzufügen. Ich zeige dir dann auch, wie das ausschaut. Das habe ich bereits gemacht. Und dem Arbeitsbereich, dem kannst du eben nur ein Member hinzufügen. Das bedeutet, dass dann dieses Member auf alle Boards Zugriff hat, die du für das Team freigegeben hast. Das kannst du auch wieder verändern. Aber auf die Berechtigungen werde ich hier nicht allzu tief eingehen. Dann gibt es weiter Gratis Teams und diesen Gratis Teams, das ist im Prinzip genauso wie beim Arbeitsbereich, kannst du Member oder Gäste einzelnen Boards hinzufügen, aber auch Member dem Arbeitsbereich, dem Gratis Team hinzufügen. Was wieder bedeutet, dass wenn jemand anderer ein Member deines Teams ist, hat er Zugriff auf alle Boards, die für das Team freigeschalten sind. Du kannst da auch einzelne Boards wieder auf Privat schalten. Dann sehen es eben nur die Member, die dem Board hinzugefügt werden. Das ist schon ein bisschen kompliziert, scheint es am Anfang, ist für dich vielleicht, wenn du alleine arbeitest, überhaupt nicht so relevant. Da geht es wirklich darum, die Berechtigungen anzupassen und den Zugriff anzupassen. So und dann, wie gesagt, das Business Team, das ist im Prinzip gleich geblieben. Du hast entweder einen oder mehrere Leute in deinem Business Team als Member drinnen und kannst auch zu den einzelnen Team Boards wieder Member beziehungsweise Gäste einladen. Wieso das mit den Membern und Gästen nicht uninteressant ist, das zeige ich dir dann auch noch. Warum jetzt die persönlichen Boards in dieses Team Arbeitsbereich zusammengefasst worden sind, liegt vielleicht auch daran, dass du jetzt alle deine persönlichen Boards an einem Fleck gesammelt hast und wenn dir das dann nicht mehr ausreicht, es sind ja nur zehn Boards im Arbeitsbereich im Gratis Account möglich, dann kannst du sehr schnell und leicht auf ein Business Team upgraden, genauso wie es eben bei den Gratis Teams auch funktioniert. Früher war es so, da musstest du ein Team anlegen, als Business Team upgraden und dann in jedes einzelne Board hineingehen und dieses Board quasi dem Team zuordnen. Und dadurch wird die ganze Geschichte etwas flotter und leichter. Ich nehme an, das ist der Grund dafür, warum eben die persönlichen Boards jetzt im Arbeitsbereich zusammengefasst worden sind und natürlich auch die Monetarisierung. Wenn du außerhalb des Arbeitsbereiches keine einzelnen Boards mehr anlegen kannst, wie gesagt, dann bitte geh auf Gratis Teams, damit du weitere Boards anlegen kannst. Auch im Gratis Team hast du pro Team zehn Boards möglich. Gut, dann schauen wir uns einmal die Unterschiede an zwischen Gratis Gold oder Business. Ich habe versucht, das mal ein bisschen zusammenzufassen, vor allem die wichtigsten Punkte. Wie gesagt, Gratis Account Trello Gold Account hast du im Arbeitsbereich je zehn Boards möglich und Trello Business unbeschränkt. Wobei, zeige ich dir dann auch in der Praxis, ich habe gar keinen Arbeitsbereich. Ich werde da einfach auf ein Gratis Team ausweichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug oder absichtlich ist, aber das hält mich auf jeden Fall nicht weiter ab. Dann der nächste Unterschied. Du hast bei Trello gratis, bei den Gratis Teams auch zehn Boards pro Team. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass auch die Anzahl der Gratis Teams beschränkt ist. Das dürfte inzwischen nicht mehr so sein. Ich habe nämlich 13 Teams angelegt in meinem Gratis Account und er hat mich nicht abgestoppt. Auch gleich bei Gold wieder zehn Boards pro Gratis Team und Trello Business hast du Gratis Teams natürlich unbeschränkt. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender. Bisher war ja Gold und Gratis gleich. Der Butler, also zur Automatisierung innerhalb von Trello, der ist im Gratis Account sehr, sehr beschränkt. Du kannst zum Beispiel nur einen Cart-Button anlegen pro Board und ich habe alleine in meiner To-Do-Liste, glaube ich, vier oder fünf Cart-Buttons. Da hast du bei Trello Gold schon etwas mehr Möglichkeiten. Du hast auch mehr Möglichkeiten, den Butler arbeiten zu lassen. Das ist also jedes Mal wird mitgezählt, wie oft tut der Butler etwas und auch das ist hier bei Gratis sehr beschränkt. Bei Gold etwas mehr und natürlich im Trello Business der Butler unbeschränkt mit allen Möglichkeiten. Also ich mag nicht mehr ohne sein. Und dann der nächste große Unterschied ist, dass du in der Gratis Version pro Board nur ein Power-Up aktivieren kannst. Damit kann man ganz am Anfang auch ohne weiteres arbeiten, sage ich meinen Kunden immer wieder zuerst austesten und wenn man dann an irgendwelche Grenzen stößt, dann erst upgraden. Und da hast du eben im Gold Account, das gilt dann für alle Boards, die da drinnen sind, pro Board drei Power-Ups. Das kann also schon riesig weiterhelfen und du wirst es schon ahnen, Power-Ups pro Board unbeschränkt in der Trello Business Class. Da kannst du dich also richtig austoben und alle Power-Ups mal ausprobieren. Ja, das war mal der Unterschied. Ich würde sagen, wir schauen ganz kurz in die Preise hinein und dazu kannst du einfach gehen auf trello.com-gold. Dann hast du hier diese Übersicht. Ich weiß nicht, ob sie Gold behalten als Angebot oder ob das irgendwann einmal eingestampft wird. Kann ich dir natürlich noch nicht sagen. Auf der Homepage verstecken sie es eigentlich sehr gut. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass das vielleicht nicht mehr jahrelang geben wird. Und du siehst hier 45 Dollar pro Jahr, 5 Dollar pro Monat. Das kann man ohne weiteres einmal investieren, wenn es bei der Arbeit hilft und dich natürlich schneller und produktiver macht. Da hast du auch nochmal die Unterschiede. Der wichtigste ist für mich Power-Ups pro Board bzw. die Anlagenlimits, also 250 MB pro Kärtchen hochzuladen, ist natürlich besser als 10 MB Beschränkung zu haben. Die gespeicherten Suchanfragen verwende ich im Prinzip auch nie. Die erweiterte Automatisierung mit dem Butler habe ich ja schon angedeutet. Wo findest du jetzt in deinem Gratis-Account das Gold Upgrade? Dazu gehst du rechts oben in deinen Account hinein. Nicht in ein Board, sondern in den Account und hier in die Einstellungen. Und dann siehst du auch schon Trello Gold nochmal aufgelistet, wo der Unterschied ist. Und ich würde dir vorschlagen, wenn du es schon so ein bisschen liebäugelst mit einem Business Team, dass du erst mal zwei, drei Monate auf monatlich abgerechnet gehst, schaust, ob dir das ausreicht oder ob du zum Beispiel mit dem Butler an deine Grenzen kommst. Wenn dem so ist, dann brauchst du das Trello Gold, kannst du eben kündigen und ein Team Upgraden aufs Business Team. Und dem Business Team kannst du dann ja alle deine Boards zuweisen, die eben diese erweiterten Möglichkeiten eines Business Teams haben sollen. Okay, damit schauen wir uns kurz mal im Gratis-Account um. Und du siehst hier schon, ich habe also 13 Teams angelegt, mal ohne großartig Boards drinnen, weil ich ausprobieren wollte, ob es da eine Beschränkung gibt. Gibt es momentan anscheinend nicht. Und dann schauen wir uns auch in so einem Team um und zwar zuerst in den Einstellungen. Die Einstellungen in den Gratis-Teams, die sind sehr, sehr, sehr offen. Das heißt, jeder kann im Prinzip alles, alle Teammitglieder, jedes Teammitglied, du siehst schon, jeder kann zu einzelnen Boards eingeladen und hinzugefügt werden. Das ist etwas, wo ich jetzt mal sage, ja, das ist sinnvoll. Aber ansonsten, wenn du wirklich in Teams arbeitest, das heißt mit Assistenten, mit Kunden arbeitest, ist das einfach zu offen. Und nur das Business Class Upgrade gibt dir die Möglichkeiten für mehr Einstellungen. Ich zeige dir auch gleich mal den Unterschied. Dazu machen wir hier ein bisschen kleiner und hier auch kleiner. Dann haben wir das nebeneinander. Und das ist eben mein Business Class Team. Das steht hier auch. Und wenn ich da jetzt in die Einstellungen hineingehe, siehst du, dass ich das alles ändern kann. Zum Beispiel nur Team Admins können gewisse Team können gewisse Dinge tun. Und wie gesagt, wenn du da mit einem Team zusammenarbeitest, dann ist das sehr gut, sich das einmal anzuschauen in den Einstellungen. Das ist also der große Unterschied zwischen Gratis Teams und eben der Business Class. Das sind diese Borderstellungsbeschränkung, Löschbeschränkung und so weiter und so fort. Gehen wir wieder hier in das Gratis Team hinein, gehen wir auf die Mitglieder. Und du kannst eben entweder hierüber ein Mitglied direkt zum Team einladen oder du siehst hier bei Gäste steht eins. Da habe ich mich selber zu einem Board eingeladen und könnte auch von hier aus sagen, so die Claudia darf jetzt, ich bin ja hier unterwegs als Susi Muster, genau. Und die Claudia darf hier auch direkt zum Team kommen und hat damit eben dann Zugriff zu allen Boards, die dem Team zugeordnet sind. Schauen wir uns einmal an. Ich habe jetzt mal nur ein Board drinnen und gehen da hinein. Und hier hast du die Zuordnung zu Team 1 und die Berechtigung für das Team sichtbar. Wenn ich jetzt wollen würde, dass das Board zwar zu dem Team dazugehört, weil es einfacher zu administrieren ist, aber es sollen nur die Menschen sehen, die ich dazu auch eingeladen habe, dann könnte ich dieses auf Privat stellen und du siehst schon nur Board Mitglieder können dieses Board sehen und bearbeiten. Bearbeiten bedeutet auch, dass alle anderen, die da jetzt eingeladen sind, dazu alles damit tun können. Das ist wieder der große Unterschied zu einem Business Team. Da könnte ich einstellen, dass diejenigen Gäste oder auch Beobachter genannt nur gucken können, kommentieren können, aber zum Beispiel keine Kärtchen und Listen anlegen oder auch löschen können. Das wäre da spannend. Wie gesagt, ich bin alleine in meinem Business Team. Ich brauche das im Prinzip auch nicht. So, noch einen Unterschied zwischen Gratis und Business gibt es, nämlich hier beim Einladen. Ich kann hier nur jemanden eben einladen als Member zum Board, kann ihn dann auch dem Team hinzufügen. Das habe ich dir auch schon gezeigt. Aber ich kann hier niemanden als Gast einladen. Wie gesagt, das geht nur in der Business Version und bedeutet, dass der Gast bzw. Beobachter dann weniger Berechtigungen hat. Dazu gehen wir jetzt einmal in mein Business Team bzw. in ein Board des Business Teams hinein. So, da gehen wir in ein Beispiel hinein und du siehst hier Abenteuer Home Office, BC Business Class für das Team sichtbar. Das könnte ich hier auch auf Privat stellen. Und wenn ich jetzt auf Einladen gehe, kann ich hier auswählen, ob ich jemanden als Mitglied hinzufüge oder als Beobachter und Beobachter können diese Boards anzeigen und kommentieren, aber sonst eben nichts machen. Das ist jetzt der Unterschied. Bin mir nicht sicher, ob der Beobachter nicht etwas anderes ist als ein Gast. So genau ist das nicht definiert bisher. Aber ich glaube, sie arbeiten da noch heftig dran an diesen Geschichten. Wie sieht das jetzt in meinem Account insgesamt aus? Du siehst also, ich habe hier eins, zwei Teams und wenn ich mir hier die Einstellungen, die Mitglieder mal anschaue, Gäste habe ich keine, Team Mitglied bin ich ganz alleine. Da sind die Boards, die dazugehören. Hier habe ich die Einstellungen und das habe ich ja vorhin schon gezeigt, dass ich da doch einiges anders einstellen kann als bisher. Schauen wir uns die Abrechnung auch an, damit du siehst, was es kostet. Das sind 143,99 Dollar pro Jahr. Du siehst, ich habe das schon seit einiger Zeit. Ist auch ein bisschen teurer geworden, 119 früher. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Einen großen Unterschied gibt es noch, was so Datensicherheit sage ich jetzt einmal angeht. Das ist der Export und den gibt es eben nur beim Business Team. Und hier kann man einen neuen Export erstellen. Kommt im ZIP-Format und CSV daher. Und ich habe es noch nicht ausprobiert. Das heißt, 2018 habe ich es einmal ausprobiert, das zu exportieren. Es ist ein Online Tool mit einer riesen Datenbank dahinter und deswegen exportiere ich da nichts raus. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt des Arbeitsbereiches. Trello Arbeitsbereich. Ich habe da keinen, wie du siehst. und wenn ich jetzt ein persönliches Board neu anlegen möchte, dann werde ich nach dem Team gefragt. Und egal, ob das jetzt ein Bug ist oder nicht. Ich werde das einfach so umgehen, indem ich ein Team anlege und das persönliche Boards nenne. Dann sonstiges Fortfahren. Team Mitglieder einladen mache ich später bzw. gar nicht. Ja, und jetzt habe ich einfach ein neues Team. Das heißt persönliche Boards. Und wenn ich jetzt hier auf Boards gehen, dann habe ich wieder einen Überblick. Wenn ich jetzt ein persönliches Board erstellen möchte, dann suche ich einfach persönliche Boards aus und nicht für Team sichtbar, sondern privat. Und dann ist dieses Board im Prinzip genauso geschützt und genauso privat, wie es eben früher war. Sollte irgendwann einmal der Trello Arbeitsbereich bei mir auftauchen, dann kann ich mir überlegen, ob ich das wieder umstelle. Aber das war eine Frage, die mir im Zusammenhang mit den Gratis Accounts und Gold Accounts gestellt worden ist. Was denn dieses Trello Arbeitsbereich hier soll? So, ich hoffe, damit freundest du dich wieder ein bisschen mehr an mit dieser neuen Organisation innerhalb von Trello. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail oder komm in die Gruppe Abenteuer Home Office auf Facebook. Dort kannst du deine Fragen zu Trello auch jederzeit loswerden. Danke dir. Bis dann. Ciao. 하나. Untertitelung des ZDF, 2020